Bei mir ist die Lisa und was habt ihr mitgebracht zur Eurobike? Wir haben den stärksten Motor auf dem Markt mitgebracht. Ja, du sagst gerade, ihr habt den stärksten Motor mit auf den Markt gebracht, TQ. Erzähl mal kurz, wer ist TQ? Nicht jeder kennt TQ. Wo kommt ihr her, was macht ihr und wo wollt ihr hin? Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, kommen aus dem Raum Bayern in der Nähe von München und wir kommen ursprünglich aus der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Robotik und bieten da verschiedene Elektronik-Dienstleistungen an. Und ja, unter anderem eben auch im Bereich Drives, das Immobility, haben wir jetzt den Motor mit einem ganz bestimmten Getriebe dabei und der eben, wie unser Markenversprechender ist, Fly uphill, dich ganz schnell den Berg hoch befördert. Jetzt mal konkret, was für Werte hat der Motor? Wir zeichnen uns eigentlich aus durch die bestimmte Leistung und den hohen Drehmoment. Mit 120 Newtonmeter sind wir natürlich gerade im Moment am größten auf dem Markt. Wie ist das Fahrgefühl? Ist es jetzt wirklich ein Moped oder ist es wirklich noch, sag mal, Biken? Das kann eben der Kunde entscheiden letztendlich. Wir haben ja Pedelecs und S-Pedelecs. Ich habe es gesehen jetzt auch ganz neu bei Highbike, die Fly-On-Modelle mit eurem Motor ausgestattet. Hier dreht er sich gerade neben uns, extrem klein auch ist, lässt sich super gut integrieren. Wenn ich jetzt im Laden stehe als Kunde und habe eine ganze Reihe von verschiedenen Fahrzeugen mit den verschiedenen Motoren vor mir stehen, warum soll ich jetzt eins kaufen mit dem TQ-Motor? Der hat einfach die meiste Power und die höchste Leistung und dadurch ist der Fahrtspaß einfach da. Wir verkaufen quasi ein Fahrterlebnis für denjenigen, der wirklich Power möchte, den Berg ganz schnell hoch möchte oder auch für diejenigen, denen es wirklich um Speed geht, um Geschwindigkeit, um den Power dahinter zu haben. Ja, ich denke, das sollte man unbedingt mal ausprobieren und da empfehle ich jedem. Das macht unheimlich Spaß. Das Ding hat Power ohne Ende, aber auch sehr schöne, nutzbare Leistung. Ich finde es klasse. Vielen Dank. Danke auch.